Hey, ich bin Steffi Lamot, arbeite bei ASML in der Fertigung als Teamleiterin und bin 32 Jahre alt. ASML ist ein Hightech-Unternehmen und stellt komplexe Lithographie-Maschinen her, mit denen Unternehmen wie Samsung, Intel und TSMC Mikrochips herstellen. Wir fertigen bei uns die Wayfire-Tafel, das ist ein wichtiger Schlüsselkomponent für den Schiff. Und ich als Teamleiterin bin dafür zuständig zu koordinieren, dass die Tafel von A bis Z durchgeht und am Ende seinen Liefertermin einhalten kann. Also mein typischer Arbeitstag ist, dass ich mich vorbereite, gucke, was heute ansteht, ich dann zu meinem Team gehen, bespreche, welche Prigos heute wichtig sind und dann auch zu gucken, ob alles dann auch durchgeht, was ich gesagt habe und genau, dass wir am Ende die Prigo, die ich angesagt habe, auch geschafft haben. Mich fasziniert an diesem Beruf einfach, dass wir so viele Möglichkeiten haben und auch die Möglichkeit haben, uns auch andere Bereiche anzugucken, um auch besser zu verstehen, was haben wir ja eigentlich alles für Komponente. Das fasziniert mich und dass es halt so zukunftsorientiert ist. Also jeder benutzt ein Handy, jeder benutzt ein Laptop und wir sind ein Teil davon und sind halt mit dabei, sag ich jetzt mal, in der heutigen Zeit. Berlin ist einfach eine verrückte Stadt, Berlin macht Spaß und ich arbeite auch schon eine ganze Weile in Berlin, deswegen hat sich das so auch ergeben, wieder in Berlin zu arbeiten und bei ASML hat man halt so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Also ich komme eigentlich auch gar nicht aus diesem Bereich, ich bin gelernte Friseurin und wollte einfach nochmal was Neues, also einen Neustart anfangen und bin dann hier reingekommen und genau, jetzt bin ich ja Teamleiterin und bin mega glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Wouldnig ist raj00? Ich hab ich meine Lab Lud Jerur Grafer mum attendees mit dieser Reden, 돌아ssonst. Küm